So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Sparks Challenge und... Ach, das wollte ich ja gar nicht wieder, weil ich hier auf den... Ah, nein! Ich möchte eigentlich auf den Singleplayer. Was ist denn los mit mir heute? Ja, toll, und jetzt macht mein Handy, ihr Mucken. Oh Gott. Bitte nicht, danke. Ähm, was wollten wir denn die Woche... Die Woche, mhm. Die heute machen... Ich glaube, wir wollten die Bücherregale aufstellen, ne? Und ich hab mir so vorgestellt, dass wir das eventuell hier unten machen. So. Da müssen wir hier natürlich ein bisschen was ausgraben. Archäologie und so weiter und so fort. Ähm... Machen wir hier mal einfach drei hoch. Ausfüllen können wir das Ganze hier dann mit Cleanstone. Den, äh, braten wir ja gerade schon, soweit ich weiß. Oder? Ach, fuck, das hätte ich ja gar nicht machen müssen, ne? Ne, machen wir es mal so. Den braten wir hier gerade schon. Genau, genau. Ähm... Müssen wir aber mal eben schauen. Inzweck, Moment. Ich muss mich hier gerade noch richtig hinsetzen. So. Ähm... Wir graben das hier aus. Genau, so machen wir das. Neues Diamant-Schwert haben wir uns schon gemacht. Und... Joa, dann... Schauen wir doch mal. Das hier unten füllen wir dann noch aus. Später. Wenn wir jetzt mal angenommen, hier mal so und so. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und dann hier hinten. Und die müssen wir ja auch nicht mehr... Ähm... Füllen wir das für hinten einfach mal so aus gerade. Dann machen wir mal hier eins, zwei, drei. So, dann haben wir hier eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So. Ich hoffe mal, das genügt soweit. Und ich hoffe, das funktioniert dann mit dem Verzaubern. Aber das dürfte ja eigentlich. So. Und dann gucken wir doch mal, dass wir hier auf Level 30 verzaubern. Und das haben wir Looting 3. Ja, Looting 3, ne? Es ist gut, wenn man jetzt meinetwegen irgendwie, ähm... Von Skeletten, ähm, die, ähm... Na, sag schon. Von Skeletten jetzt meinetwegen die, die, äh... Knochen oder so looten will. Aber, äh... Sonst ist es völlig bescheuert. Na gut, egal. Wir werden es benutzen. Und hier haben wir... Wir können hier... Auf ein Level noch verzaubern oder so. Keine Ahnung. Funktioniert gar nicht mehr. Scheiße. Warte mal. Gucken, was rauskommt, wenn wir mal auf ein Level verzaubern. So. Huch. Na, Schatten ist eins. Immerhin. Dann benutzen wir doch einfach beide. Machen das so. Äh, das Angebrochene ist das mit dem Schaden. Das ist... Tun wir mal da vorne hin. So. Ähm... Ja, haben wir eine Challenge fertig, diese Folge noch, ne? So cool. Und wir machen das gerade mal so. Was wir hier den Zaubertisch wieder einstellen. Zack. Und... Ach, das war... Naja, machen wir jetzt einfach mal so hier. War ja eigentlich wieder falsch. Aber egal. So. Und nehmen hier mal den Clean Stone. Und nehmen hier mal den Clean Stone. So. Wir machen das hier mal ein bisschen schick. So. Das kann auch so gehen. So, lassen wir das. Und... Was müssen wir denn die Folge noch machen? Eigentlich müssen wir ja immer noch... Ähm... Dinge ins... Äh... Dungeon und so weiter finden. Aber... Um ehrlich zu sein. Ich gebe das irgendwie auch langsam so ein bisschen auf, ne? Weil... Es ist... Es zieht sich ganz schön, würde ich mal sagen. Nehmen wir das Holz mit. Das können wir alles hier lassen. Bisschen Eisen sollten wir vielleicht mitnehmen. Zur Not. Und dann graben wir uns jetzt einfach mal gerade runter irgendwo. Am besten hier in der Höhle oder so. Da stört es nicht. Hier so. Na komm her. Graben wir uns einfach mal gerade runter. Ist ja super Idee. Auch wegen Lava und so weiter. Können ja hier mal ein bisschen... Das beobachten. Hier oben ist ja noch nicht so schlimm. Ich mach hier mal... Ein paar Fackeln hin. Und dann schauen wir doch mal. So. 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 31, 30. Mach mal hier nochmal. So und ab hier würde ich jetzt auch... Quasi... Dual graben. Also dass ich hier immer... Zuerst vor mir einen wegschlage. Ist mir nämlich sicherer so. Ja mal gucken, ob wir irgendwann auf Bedrock stoßen. Oder irgendwann auf eine Höhle. Oder irgendwann auf Lava. Oder keine Ahnung. Irgendwie sowas. Wahrscheinlich auf Lava. Aber naja. So und hier nochmal eine Fackel. Siehst du, ich höre es nämlich schon. Ich höre es doch schon. Ja. Siehst du? Und da hätten wir uns genau reingegraben. Ey. Das ist so eine... Scheiße. Manchmal. Äh. Mach nicht mal weg. Oh, welche Höhe sind wir denn? 19. Entschuldigung. Machen wir hier weiter Strip Mining, würde ich mal behaupten. Ähm. Vielleicht machen wir uns dann Leitern oder so. Damit wir uns, ähm... Damit wir nach oben gehen können dann wieder. Keine Ahnung. Jedenfalls machen wir hier jetzt erstmal ein bisschen Strip Mining. Ähm. Ja. Es hilft ja nicht zu müssen. Dungeon zu finden ist, ähm... Eigentlich ja in der Wüste am einfachsten, habe ich ja gesagt. Aber... Naja. Da musst du auch erstmal durch die Wüste gehen. Und äh. Und äh. Und hin und her. So. Hier nehme ich mal einen Redstone mit. Weil, gibt Level. So. Können wir ja dann irgendwann nochmal was verzaubern oder so. Wenn wir nochmal irgendwas haben. Schauen wir mal. Schnaach. Es war halt, äh... Eine recht spannende Folge auch, ne? Mitunter. Aber, wie gesagt, ähm... Zeitraffer und so kann ich nicht machen. Oder darf ich nicht machen. Könnte ich schon, aber... Naja. Is is wie is is. Wir graben uns einfach... Ich höre ja hier was. Das ist das Schlimme. Irgendwo über mir oder was ist halt Wasser und... Ah, da ist Wasser. Hallo. Hallo. Ist ein riesen Lava-See. Okay. Gehen wir doch einfach mal hier durch. Ah, Creeper. So. Äh. Hier ist nix. Das ist auch gut. Eisennämer, wie gesagt. Wollen wir mal mit. Das kann nicht schaden. Zack. Zack. Also essen müssen wir auch. Na, iss was. So. Gehen wir denn lang? Ich glaube hier oben meine. Zack. Zack. Da hinten leuchtet's. Entweder ist es Lava oder... Ich glaube es ist Lava. Ups. Da kommt ein Zombie. Ach du Scheiße. Komm mir über ein Monster her, ey. Aber die Spinne kommt noch nicht, ne? Wo sind die eigentlich? Seh ich gar nicht. Ich frage noch. Meine Fresse. Scheiß Spinne. Spinne, ey. Scheiß Spinne. So. Hier ist noch irgendwo eine. Oh, guck mal hier. Hier ist so ne... Ist das ein Minenshaft? Ne. Das ist kein... Das ist keine Schlucht. Ist ein Skelett. Das töten wir auch mal. Ja, schau. Das Einzelschwert geht ab, ne? Müssten wir ein bisschen Kohle farmen gerade. Damit wir uns, äh... Noch ein paar Fackel machen können. So mal hier. Wow, 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 wow. Das war knapp. Alter, ich schwör, ich sterbe hier noch, ne? Oh, ne Witz. Ich kann hier mal ein bisschen mit dem Looting-Schwert arbeiten. Gucken, was rauskommt. Looting 3 ist ja Looting 3, ne? So, hier ist aber auch nichts weiter. Ist alles dunkel. Ich weiß nicht, ob man das jetzt... So gut sieht. Ich glaube eher nicht. Jetzt denke ich die Brightness da hoch. No, Brightness gibt's ja gar nicht mehr. Anscheinend. Oder? Performance... Brightness... Ach, da steht das jetzt. So, war auf Bright. Also, sorry, dass man jetzt nichts erkennt. Ich mach das gleich wieder. Ich rege das gleich. Äh... Muss nur hier grad mal ein bisschen Kohle abbauen. Ähm, so. Fast 6 haben wir noch dabei. Machen wir hier mal so. Machen wir mal 64. Und 7. Ne, 4. Okay, dann gehen wir noch mal hier weiter. Ja, hier könnten wir uns jetzt durchgraben, aber weiß nicht, ob's das bringt. Hallo, Fledermaus. Hallo, Fledermaus. Hier wächst Gras. Das ist auch gut. Wo geht's hier hin? Hier geht's nicht weiter, oder? Können wir uns mal durchgraben, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube eher nicht. Naja. Also, haben wir die Folge wenigstens einmal was geschafft. Das ist ja auch schon mal ganz gut. Hier gehen wir mal runter. Ba, 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 ba. Hallo, Fledermaus. Wie gesagt. Äh, ich kann übrigens nochmal eine kleine Ankündigung machen. Ähm, über Weihnachten werden noch Projekte kommen. Ich muss das allerdings jetzt auch langsam mal aufnehmen. Ähm, ich denke mal, ich werde es The Walking Dead noch bringen. Die erste Staffel. Die zweite Staffel kommt dann direkt im Anschluss, wenn ich damit fertig bin. Aber ich, äh, hab's halt ein bisschen schleifen lassen. Ähm, kommt aber, mach ich jetzt einfach mal fertig. Und, ja. Dann, äh, kommt dann irgendwann halt die zweite Staffel Walking Dead. Über Weihnachten jetzt kommt die erste noch. Die könnt ihr euch auch mal geben. Ist auch eigentlich ganz geil. Und ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich hab mich verlaufen. Das ist geil. Weil, das ist geil, wenn man sich verlaufen hat. Ohne Witz. Ich glaube, ich mach die Folge heute auch mal ein bisschen. Hallo, Spinne. Auch mal ein bisschen früher Schluss. Weil, äh, ich hab eigentlich in den letzten Tagen immer schon mal ein bisschen überzogen. So 30 Sekunden oder was weiß ich. Deswegen mach ich heute mal ein bisschen früher Schluss. Ich mein, die erste, die, die eine, ähm, Challenge haben wir ja fertig. Und, ähm, da soll man glücklich drüber sein. Eventuell gucken wir dann in der nächsten Folge nochmal in der Wüste irgendwo rum, ob wir, ähm, da mal ein Dungeon finden. Ähm, normalerweise ist das ja immer recht einfach. Dort einen zu finden. Oh, ich weiß gar nicht, ob sie das rausgepatcht haben. Boah, keine Ahnung. Mal schauen. Auf jeden Fall. Können wir hier nochmal kurz ein bisschen, äh, gehen. Aber ich glaube, glaube nicht, dass das von Erfolg gekrönt sein wird. Hallo? Mini-Tombie. Tot. Toter Mini-Tombie. Ey, da ist noch einer. Alter, sind die schnell. Toter Mini-Tombie. So. Jo. Wie gesagt. Ich bedanke mich schon mal, äh, fürs Zusehen. Und hier hinten ist... Oh, hier hinten. Geht's da weiter? Will ich jetzt noch gucken? Moment. Ja, da geht's weiter. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich, äh, bis zum nächsten Mal. Hab rein. Macht's gut auf Wiedersehen. Und ciao.